Tschüß! Hä? Woher? Toll. Meine Güte. So. Schon echt geil. Gut. Dann müssen wir hier hoch. Felsenhack sein zugefühlen. Das tat weh. so speichern wir mal ab wir wissen ja nie und diese licht dieser lichtkäger eben wahnsinn eine verzauberte tür was erwartet uns höchstwahrscheinlich eine falle das war ja klar ich wollte nicht mehr einmal durchatmen vorsicht von jungen 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 da steht er da einfach unten klopft so wohl eben jetzt experte meister ok da sauber ich glaube die haben sogar schon so jetzt ich glaube ich muss ich muss runter komm her komm her meine güte gibt es noch nicht dass wir sehen von hinten angeschlichen der sack könnt ihr wohl nicht wahr sein ich glaube ich muss runter wir müssen rund her kein gold liegen lassen die gestern da ist nichts drin wie komme ich jetzt hier wie krieg ich das ding auf hallo hast du ein hebel für mich ne hä na gut ich muss hier irgendwo blint blint tach ach jemini könig olafs vers o olaf unser unterdrücker einäugiger verräter todbringender dämon und drachentöter könig eure legende sind lügen reißerisch und falsch euer schlauer sieg über numinex ein jahrhundert schwindel ok olaf griff nach der macht mit versprechen und drohung vom faltenring nach winterfeste fielen sie auf die knie doch einsamkeit widerstand himmelsrands treuste wächter olafs rache kam schnell listig und gemein so endet so endet die meer vom lügner und lumpen den einsamkeit verbrennt mit feuer und funken in einsamkeit lernt man die baden kunst und übergibt könig olaf der feuersbrunst interessant und er ist weg krass glaube hier gibt es noch eine maske am ende wenn du weiter gehst ähm ja wo muss ich da jetzt weitergehen das ist jetzt die frage weil hier geht es ja nicht weiter hier ist ja ender ich müsste ja eigentlich zurück aber da war ja noch eine tür mit einer magischen barriere ist jetzt die frage ob man da denn nochmal her muss für eine quest oder okay erstmal zurück genau erstmal zurück hier lang dann weil ich habe hier so eine kralle wir haben so eine kralle noch mitgenommen den hauen erst mal vorm sack naja setze ich mal hin junger so ein silberbaum nehmen wir noch mit oh ah jetzt 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 okay was macht er er macht sie auf okay geil das war planen der ganzen hier kriegst du nicht weg ist doch wieder so ein rätsel da ist jetzt die frage welches ist welches eigentlich gar nicht mehr so schwer oder es war falsch wenn du im Moment die kralle anschaust siehst du die ah okay ist unter sonstiges ne ist das unter sonstiges Robin kralle fallen lassen ausrüsten Favoriten wie 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 konnte ich mir das ansehen ach hier wolf drache wolf wolf drache wolf ach unter den krallen sind die symbole immer wahnsinn ähm ja 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 gut ein adler kein drache ja wolf adler wolf so jetzt aber angst ich speichere jetzt mal ne das haben wir ja schon lange nicht gemacht so hier sitzen mir zu viele von dem soll ich denen jetzt helfen ja 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 okay krass ich finde das war so geil herrlich okay ich glaube da oben lernt man noch ein schrei ich bin mal weg ach du scheiße es kommt die großen oder was ich sehe nix ja 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 okay ich glaube das war es nur so gehen wir mal rum auch wenn es nur wenig ist aber aus vielen gibt viel okay das ist jetzt der bus oder ja 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 krass gold schlüssel zu olafs schatzkammer die nehme ich mal noch mit so jetzt holen wir uns den schrei erstmal geil wieder ein schrei gelernt cool schon lange nicht mal gehabt wort der macht gelernt raserei wirbelwind sprint ah cool da war jetzt den zweiten quasi okay nur liegt doch noch gold oder ich kann das nicht aufheben siehst du das bug ich kann das gold nicht aufheben ach der ist verschwunden okay ich habe ja noch nicht alle fertig gelootet ich wollte noch looten ja geil so was haben wir da höchsten heilung hier haben wir jetzt habe ich irgendwas mitgenommen weil ich nicht mitnehmen wollte egal okay der war leer okay vulkan glas schild den nehmen wir doch mit aber dann muss man unbedingt auch leer machen wieder oh okay nice gut ach wie geil könig olaf ein auge das ist echter hammer ne so gibt es jetzt irgendwo noch seitlich was ne gut dann nehmen wir ja weiter ach hier stahlstreiter ist okay hier haben wir die truhe elfenschild gold gift der lähmung schornes schwert amulett von talos die wartezeit zwischen schreien vermindert sich um 20% auch nicht schlecht und das ist ein helm oder sieht episch aus oder der sieht ja mal geil aus zerstörung zauberkosten und ganz voll sind wir noch nicht herrlich noch gold okay krass dann war es doch keine maske sondern ein schrei ja aber immerhin geil ich finde es cool ehrlich und ich denke mal wir werden das hier auch abgeschlossen haben so jetzt müssen wir mal gucken wo wir rauskommen und ob wir vielleicht nochmal gegner kommen ist ja meistens so ne diesmal nicht aus der seite ist nochmal rausgekommen so das heißt wir können die quest abgeben und dann leer machen am besten in der hoffnung dass nicht noch eine quest kommt aber ich glaube da kommt bestimmt noch eine folge quest ach so abgeschlossen und wir haben das sogar abgeschlossen auch sehr sehr geil so ich glaube ich gehe gleich da hinten hin ach wie schön einmal umdrehen bitte wir müssen da oben in die barten genau oh wie krass